Hallo Milica, wie geht es dir? Danke, mir geht es gut. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Yildiz. Auf Wiedersehen. Wir treffen uns am Montag. Bis bald. Gute Nacht, Lukas. Gute Nacht, Papa. Guten Abend, Goran. Das ist Marion. Freut mich. Grüß Gott. Mein Name ist Leo Schultes. Sehr angenehm. Ich heiße Marina Maric.